Hallo! Heute werden Sie lernen, wie Sie Microsoft Word 2016 gebrauchen können, um Ihre existierenden Vorlagen parat für den Gebrauch zu machen. Die Time Center Legal Word Vorlage finden Sie in einem Ordner, welchen Sie vom Online-Trainingsportal herunterladen können. Versichern Sie sich, dass Sie den richtigen Ordner herunterladen, ansonsten funktioniert das Ganze nur mit einer älteren Version von Microsoft Word. Wenn Sie den heruntergeladenen Ordner öffnen, finden Sie darin drei Files. Die Time Center Add-In-Datei, in welcher sich das Makro befindet, die Time Center Legal Vorlage, das Word-Dokument, auf welchem wir arbeiten werden und eine einfache Textdatei, welche Beispieldaten enthält. Diese drei Dokumente müssen unbedingt im gleichen Ordner sein. Andererseits werden Sie einsam und wollen nicht mehr arbeiten. Öffnen Sie die Time Center Legal Vorlage mit dem üblichen Doppelklick und aktivieren Sie die Makros. Word wird die Datei öffnen, sie mit der Information der Textdatei füllen und anschließend eine neue DocX-Datei innerhalb des Ordners erstellen. Als nächstes öffnen wir die Time Center Legal Vorlage, während wir die Shift-Taste gedrückt halten. Word wird die Datei im Bearbeitungsformat öffnen. Hier sehen wir, dass eine neue Spalte erschienen ist, die Spalte Add-Ins. In dieser Spalte finden wir verschiedene Knöpfe, welche uns bei der Anpassung unserer Vorlage helfen werden. Der erste Knopf ist Edit Template On-Off. Dieser Knopf ermöglicht Ihnen nicht nur die Merge-Felder in der Vorlage zu sehen, sondern auch die anderen Knöpfe in dieser Spalte zu benutzen. Wenn Sie einen Windows-Computer benutzen, können Sie nun auf diesen Knopf klicken, welches Ihnen ermöglicht, die Merge-Felder zu benutzen. Auf einem Mac ist dieser Knopf noch immer grau. Aus diesem Grund müssen Sie zur Spalte Sendungen wechseln. Klicken Sie hier auf den Knopf Felder schreiben und einfügen und anschließend auf Seriendruckfeld einfügen. Dieser Knopf gibt Ihnen Zugang zu über 200 Feldern aus Ihrer Datenbank, welche nur darauf warten, in Ihre Vorlage eingesetzt zu werden. Lasst uns den Namen des Files als Brieftitel einsetzen. Gehen wir nun zurück zu der Spalte Add-Ins und klicken auf das Loop-In-Icon. Dies verwandelt die Merge-Felder wieder zurück in normalen Text, sodass Sie sichergehen können, dass es das Richtige anzeigt. Der Text wird aus der Textdatei gezogen. Auf dem Trainingsportal von TimeSensor Legal finden Sie ein Referenzmanual, welches eine Erklärung zu allen Merge-Fields beinhaltet. Um Ihre eigene Vorlage von 0 auf zu kreieren, klicken Sie auf den Knopf New Template. Word wird ein neues Fenster öffnen. Definieren Sie das Format und den Speicherort für diese neue Vorlage. Stellen Sie sicher, dass das Format .docm ist und der Speicherort der Ordner, in welchem sich die Textdatei und die Add-In-Datei befinden. Nachdem Sie die Vorlage gespeichert haben, werden Sie wahrscheinlich eine Pop-Up-Warnung sehen. Es warnt Sie, dass sich die Add-Ins noch nicht in der neuen Datei befinden und nur sichtbar sein werden, wenn Sie die Datei schließen und erneut öffnen. Jetzt können Sie eine völlig neue Vorlage erstellen, indem Sie die TimeSensor Legal Merge-Felder benutzen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach auf den Speichern-Knopf. Beginnen wir nun mit der Anpassung einer bestehenden Vorlage, sodass diese automatisch mit Informationen aus TimeSensor Legal gefüllt werden kann. Kehren wir zurück zu der ursprünglichen Vorlage und der Spalte Add-Ins. Klicken Sie auf den Knopf Use existing template. Auf den nächsten zwei Pop-Ups werden Sie gefragt, ob Sie wirklich die Makros auf eine bestehende Vorlage kopieren wollen. Und anschließend sollen Sie die Vorlage wählen. Im nächsten Pop-Up wählen Sie aus, wo Sie diese Vorlage speichern wollen. Versichern Sie sich erneut, dass Sie diese im gleichen Ordner wie die Textdatei und das Add-In speichern, sowie dass das Format .docm ist. Das Pop-Up mit der Warnung erscheint erneut, aber glücklicherweise ist die Spalte Add-Ins bereits erschienen. Jetzt können Sie Ihre persönlichen Felder mit den TimeSensor Legal Merge-Feldern ersetzen. Dafür klicken Sie zuerst auf Edit Template on-off. Sie können entweder das Referenzmanual benutzen, um Ihnen mit den Merge-Feldern zu helfen, oder Sie können einfach die wichtigen Teile vom Originaldokument kopieren. Wir werden bei diesem Dokument vor allem Letzteres machen. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie sicher, dass der Inhalt dem entspricht, was Sie haben wollen, indem Sie zurück zu der Spalte Add-Ins gehen und auf die Lupe klicken. Wenn Sie zufrieden mit dem Ergebnis sind, speichern Sie die Datei und schließen Sie diese. Und hier haben wir sie! Als nächstes werden wir die Datei in TimeSensor Legal einfügen. Öffnen Sie ein Kontaktfenster, selektieren Sie einen Kontakt und klicken Sie auf das Drucker-Icon. Ein Dropdown-Menü erscheint mit verschiedenen Listen und Vorlagen, welche sich bereits im System befinden. Ziehen Sie einfach Ihre neue Vorlage per Drag & Drop in die Liste. Ein neues Fenster erscheint, in dem Sie den Namen der Vorlage wählen können. Um diese Vorlage zu benutzen, müssen Sie sie nur auf der Liste auswählen und auf Entwurf klicken. TimeSensor Legal öffnet eine Vorlage, füllt diese mit Daten aus dem System und schließt diese erneut. Sie können im neuen Fenster die Metadaten der neuen Datei bestimmen. Nachdem Sie auf Speichern geklickt haben, wird TimeSensor Legal die Datei erneut öffnen und Sie können hier weitere Veränderungen vornehmen. Diese Datei wird in der Entwürfespalte des Kontaktes gespeichert, bis Sie diese drucken. Wir haben bereits ein Video über die Spalte Entwürfe. Schauen Sie auf den Info-Button, um auf dieses weitergeleitet zu werden. Die alten Word-Vorlagen, welche Sie bereits mit dem alten TimeSensor Legal Makro angepasst haben, müssen jetzt upgedatet werden. Um dies zu tun, selektieren Sie eine dieser alten Vorlagen und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol. Dort klicken Sie auf die Option Bearbeiten. Der Template-Editor öffnet sich. Ziehen Sie die Vorlage per Drag & Drop in den Ordner, welcher die Textdatei enthält. Öffnen Sie die TimeSensor Legal Vorlage mit gedrückter Shift-Taste und gehen Sie zum Tab Add-Ins. Klicken Sie auf den blauen Info-Knopf. Bestätigen Sie, dass Sie eine alte Vorlage updaten wollen und selektieren Sie anschließend die Vorlage. Nachdem Sie auf Öffnen geklickt haben, informiert Sie Word, dass das Update komplett ist. Wir empfehlen Ihnen, das Dokument neu zu benennen, damit Sie die upgedateten Dateien von den noch nicht upgedateten Dateien unterscheiden können. Um die alte Version mit der neuen zu ersetzen, gehen Sie zurück zum Template-Editor in TimeSensor Legal. Wir haben diesen noch immer im Hintergrund geöffnet. Hier können Sie einfach die neue Version per Drag & Drop auf die alte Version ziehen. Fertig! Diese Vorlage wurde erfolgreich upgedatet. Und damit haben wir das Ende dieses Videos erreicht. Danke und bis zum nächsten Mal! – – Bis zum nächsten Mal.